Ist was. Lasst uns lieber Krieg führen. Ihr seid recht hochmütig, Lichtgläubiger. Was glaubt ihr, welche Chance ihr habt? Allein gegen die Heere des Roten Imperiums. Ihr kommt den ganzen Weg hierher, nur um mich zu verspotten? Um euch einen Pakt zu unterbreiten. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch den Schlüssel der Mondstadt geben würde? Und nicht nur das. Solltet ihr dem Pakt zustimmen, werden sich die Heere der Mondstadt zurückziehen. Ist das der Güte eures Herzens zu verdanken? Ha, nein. Ihr vernichtet diese elenden Emporkömmlinge, diese Feuerpriester und ihren Stadthalter. Dann werden die Diener Noors unser Volk auf den alten Weg zurückführen. Okay, ich kann den Pakt annehmen, ich kann den Pakt anplänen, ich kann die Entscheidung überdenken. Ich muss diese Entscheidung überdenken. Denkt nicht zu lange nach. Unsere Truppen werden euch trotz allem angreifen. Eure Zeit ist bald abgelaufen. Ja gut, die halten sich recht gut. Mal sehen, hat Quake was dazu zu sagen? Ohne Krieger? Sollte ich das Angebot der Mondpriester annehmen? Es würde eure Lage um ein Vielfaches verbessern. Aber diese Priester sind falsche Schlangen. Sie haben weder Ehre noch Vernunft im Leib. Wenn ihr es annehmt, wird es einen Preis haben. Und ihr oder irgendjemand sonst wird ihn zahlen müssen. So viel ist sicher. Niemals wird einem etwas geschenkt, Ronenkrieger. Vergesst das nicht. Okay, gut. Das heißt, wir gehen jetzt nach Süden und gucken, wo wir uns dort am besten. Also erstmal, wo wir Lenia finden. Weil wir brauchen Lenia, um Brandler und Totems auszubilden. Oh Gott, da ist auch noch ein Drache. Oh Gott, da ist auch noch ein Drache. Keine Last. Wohin? Okay, da wir eisen. Was jetzt? Wo sonst? Arbeit. Immer nur Arbeit. Da ist der Anführer der Sternenstadt. Das Gebäude ist keiner, du sagst. Gut. Na los. Ja, ich kann euch leider schon mal sagen, dass wir hier ein bisschen... Was jetzt? Ich bin müde. ...bleiben und müssen, um zu weinen. Oh. Ja. Hmph! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Gebäude ist einsatzbereit. Ist was. Dorthin also. Wo sonst? Dorthin also. Dorthin ist ein bisschen weiteres. Dorthin ist ein bisschen wie das. Und zwar, ich habe noch nicht mehr gehört. Aber ich habe nicht mehr gehört. Ich habe nicht mehr gehört. Ich bin nicht mehr gehört. Aber ich habe auch nicht mehr gehört. Oh, die kosten 30 Läden ja nicht 15. Das war andersrum. Kommt, bringt mir mehr Linie. Okay, von oben kommt jetzt ein Angriff. Na los. Das war eine zu viel. Jawohl! Zu den Waffen! Jawohl! Also das heißt jetzt nach unten mit euch. Weil jetzt wird von Süden wieder ein Angriff kommen. Was wollt ihr? Ja, schon gut. Genau, dachte ich mir fast schon, dass da jetzt gleich der Angriff kommt. Das kostet mich jetzt Arbeiter. Was wollt ihr? Das weiß ich nicht. Das ist nicht. Gern aber weitergekommen! Hier ist doch ein Angriff. Das ist nicht alles. Was, was? Helände Lichtbeter. Was wollt ihr? Ja, ja. Oh, kann ich fischen? Das ist eine gute Frage. Fischer? Ja, ich habe eine Fischerhütte. Ich habe zwei hier verlor. Ja, schon gut. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, dann baut mir gleich den nächsten. Ja, schon gut. Oh. Was liegt an? Mich hat's erwischt. Ich habe auch eine Loot. Was liegt an? Mich hat's erwischt. Zu den Waffen hier. Zu den Laufen. Okay. Tue, wie befohlen. Ist was. Noch ein Brand da. Können wir gerade nicht bauen. Auf mein Kommando. Vorwärts. Rodenschräger zu mir. Für den Klang. Vorwärts. Vorwärts. So. So. Schon dabei. Jawohl. Vielen Dank. Geht schon auf halbem Weg. Was wollt ihr? Das Gebäude ist einsatzbereit. Also ich finde jetzt ein zweites Nahrungslager hier. Und noch einen Brander hätte ich gerne. Geht schon auf halbem Weg. 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 Vielen Dank.